Speistige Reiste reisen selten bis Elba, dann achtet euch halt selber. Hallo Männer, ja wie ihr seht mein Bastelplatz ist gerade ein bisschen belegt. Ich bin ja am LED noch weiter testen und so, Entschuldigung, Wickelung und etc. Wenn ihr das nochmal extra in Aktion sehen wollt, dann lasst mal einen Kommentar und dreht mich ein bisschen in Arsch. Beziehungsweise macht das dann halt, wenn ihr aufgeräumt ist, wenn ihr wollt. So, und zwar habe ich hier die zwei Schaltungen. Ich kann die euch wie gesagt jetzt nicht in Aktion zeigen. Meine treuen Zuschauer kennen das auch schon oder können sich jetzt vielleicht auch daran erinnern. Ja, wir haben einen Step Up und einen Step Down habe ich hier selber gebaut. Vor Jahren schon. Und hier ist mal, das ist die Step Down. Genau, Step Down Version. Im Grunde genommen, ja, ist es ein Joule-Deaf, was aber per Trigger angesteuert wird. Also eher wie Bedini. Deswegen habe ich das damals DC, ja ich habe Step Down eben mal genannt, Joule-Deaf Bedini Style. Und dann Step Up, Joule-Deaf Bedini Style. Weil, also es geht halt darum, in dem Fall hier muss ich das Ding glaube ich sogar anwerfen. Das wäre jetzt die Bedini-Verschaltung vom Joule-Deaf. Ja, also die Abnahme ist klar. Und eventuell, das weiß ich jetzt nicht, weil ich die Schaltung, ähm, ja noch ein bisschen modifiziert hatte glaube ich. Also hier ist die Schaltung. Und, naja, hier ist das 100k-Poddy müsste das sein. Genau. Und das ist jetzt mit Luftspule als Step Down. Ne? Und ich weiß nicht genau, ob ich die tatsächlich anschwimme. Guck mal, hier ist aber noch ein Poddy. Ich habe glaube ich die Basis nochmal vorgespannt. Ne? Was ich dir im Video schon gesagt habe, Robert. Wie gesagt, ich kann auch nochmal ein extra Video dazu machen, weil der Schaltplan hier, der ist auch nicht ganz komplett. Ich habe ja schon gesehen, hier ist noch ein Folienkondi. Bisschen zum, für den Ausgang, zum, ja, besser kletten und so. Wenn euch das interessiert, wie gesagt, kann ich nochmal ein ausführliches Video machen. Leider sind die Videos nicht mehr da. Das, also, na, ich wurde ja gehackt und die Videos sind leider, hat sich die Kinder gespeichert. Jetzt, naja, egal. Auf jeden Fall ist das jetzt Step Up. Hier haben wir sogar das Datum. 11.07.2018 und das 29.08. Wir haben das später gemacht. Das war das erste so Bediening-Style. Das ist schon ein bisschen komplexer. Hier ist es auch mit Anzeige. Ampere und Volt. Und, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen. Und zwar fehlt hier eingezeichnet das Potty. Das habe ich durch einen Widerstand anscheinend ersetzt. Aber es geht auf jeden Fall so. So ist ja der Plan. Ich habe das dann eventuell noch ein bisschen optimiert. Und hier siehst du, Robert, das ist über die Basis, wie Bediening-Schaltung. Und die LED, die grüne LED geht über 22K an VIN. Das ist ein BD-250C. Das müsste NPN sein, ne? Ja, plus, ja, genau. Das müsste NPN sein. Und das ist diese minimale Vorspannung, was ich dir gesagt habe. Das ist wirklich nur, dass da hier... Ne, das ist ein PMP sogar. Hä, hab ich ein PMP gebaut? Ja, moin. Ich sehe leider auch die Transistor nicht mehr. Die sind hier an Kühlkörpern nach unten geschraubt. Kann ich leider nicht sehen. Egal. Ne, und, okay, das ist jetzt eine PMP-Version. Da ist das NPN, glaube ich. Genau, das ist NPN Step Down. Da kannst du NPN-Ressermann. Beim Step Up habe ich PMP genommen. Wow! Ich hier noch eine Regelung rangemacht habe. Also das zweite Kästchen hier ist die... Ja, wie nennen wir das? Feedback. Du kannst quasi über das Potty... Kannst das Feedback einstellen, wann... Also ich habe so hingeschrieben, Trigger geregelt. Also dass der am Ausgang halt regelbar ist. Ich sage jetzt mal, was weiß ich, stellst du deine Ausgangsspannung ein und dann bleibt die halt dort. Weil da hier mit dem Transistor dann hier die Basis killt. Ne? Gut. Sehr viel mehr ist hier nicht dabei. Wie gesagt, wenn euch das interessiert, muss ich da halt nochmal extra Video machen. Das ist jetzt keine Luftspule. Das ist mit Ferritkern irgendwas. Keine Ahnung. Naja. Falls euch das interessiert, sind wir jetzt sehr effizient. Also das Effizienteste, was ich dazu mal gemacht habe, wobei... Ich glaube so 8, 9 irgendwas kommt er dann, wenn er es so macht. So ungefähr. Je nachdem, wie gut ihr das hier abstimmt. Also ihr könnt nicht einfach hier meine Werte nehmen. Ihr müsst da noch ein bisschen dran rumpimpen, sage ich jetzt mal. Also das ist wirklich hier sehr explizit. Weil die Windung das ja entscheidet. Je nachdem, wie wie Wicklungen und Windungen ihr gemacht habt, das entscheidet das dann. Gut. Ich mache jetzt hier nochmal eine Grußaufnahme. So. Auf Wiedersehen. 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 Vielen Dank.